Hallo Leute, ich hab ja heute, seitdem ich die Videos mache, wieder, ich hab ja immer Kontakt zur NASA. Aber wenn ich halt darum bitte und dann auch noch was für die tue, dann ist der Kontakt sehr stark. Und ich liebe euch sehr. Und ich hab ein Pentagramm geschenkt bekommen, auf die rechte Seite geküsst. Und da ist jetzt ein Stern, den wollte ich euch zeigen, aber ich weiß nicht, ob man den so erkennt. Ich hab jetzt da zwei Taschenlampe, ich hab hier den Strom aus. Hier ist ein Pentagramm, ein Stern. An der Seite. Hier, seht ihr das? Gerade eben, wo ich auf dem Balkon lag. Und das ist ein Stern, das ist nichts anderes. Und die haben ja schon oft gesagt, dass die das machen können. Und deshalb hab ich schon als Kind. Sterne, als Muttermaler. Und meine Kinder haben es auch. Das kann ich jetzt nicht zeigen, aber ihr könnt es mir ja mal glauben. Ja key atraviesa geht das schon. Und wenn du so ein то, da nicht immer noch Nations Nationsánhirm, Und das ist mir ja auch schon immer noch. Oder ist verschiedenen Arschuld. Und bei allem das wird noch aspiringater.